Musik Wir hatten ja die freiesten Möglichkeiten, die man sich nur denken kann. Es die Burg war ja überhaupt für DDR-Zeiten. So was von un-DDR wie die Burg war, das ist unfassbar. Musik Es war eine Aufbruchstimmung da, die einen sehr beflügeln konnte. Ich bin so ein Saurier, nach was vergangener Zeit eigentlich. Die Stimmung, ach, die war nicht schlecht. Aber nach drei Monaten wusste ich, hier bin ich richtig. Das ist das Leben, ja. Wir haben ja von 46 bis 50, da waren wir ziemlich unbehelligt. Aber man ahnte schon, dass das schlimmer werden wird, ja. Im neuen Deutschland, große Überschrift, lebensfeindlicher Kunstunterricht an der Burg Wienstein. Und damit war es aus. Es fing langsam an, betreulich zu werden. Musik 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 Musik